Herzlich Willkommen zum Teil 13 meines Infodienstes Leben ohne Krankheit. Heute geht es um wichtige Erkenntnisse im Zusammenhang mit Risiken für unsere Gesundheit. Wir sprechen in unserem Ausbildungsprogramm beim Infodienst nicht zum ersten Mal über diese Risiken. Ich verwende in dem Zusammenhang auch das Wort Gefahren und verweise auf Folgerkrankungen, die wir vermeiden sollten. Unsere Risiken bestehen einerseits durch die drohenden Erkrankungen selbst, andererseits auch durch medizinische Handlungen im Rahmen der Abwehr von Erkrankungen, also bei Erkennung oder der Behandlung von Erkrankungen. Wir sprechen heute über den Teil der Risiken, die uns durch Diagnostik und Therapie drohen. Dabei geht es uns ganz genau darum, diese Risiken abzuschätzen und möglichst zu vermeiden. Was meine ich damit konkret? Nehmen wir ein Beispiel. Jedes Kind wird in Deutschland belehrt, wie es sich vor einem Unfall im Straßenverkehr schützen kann. So ein Unfall kann nämlich zum Tode führen. Wir alle verhalten uns entsprechend unserer Erziehung und auch aufgrund sonst drohender staatlicher Sanktionen regelkonform im Straßenverkehr. Immer vor Augen, dass Abweichungen davon zum Tode führen können. Wir bewerten also das Risiko im Straßenverkehr sehr, sehr hoch. Sehen Sie sich an, wie sich die Zahlen von 1991 bis 2014 verändert haben und sehen Sie auch, wie groß die absoluten Zahlen sind. Wir haben erfreulicherweise eine Verringerung der Verkehrstoten von 1991 mit 11.300 jährlich zu 2014 mit 3.350 jährlich vorliegen. In der Grafik die 3.500 ist fehlerhaft, 3.350 ist richtig. Unsere Achtung und unser Respekt vor den geltenden Regeln ist ungebrochen, obwohl oder weil die Zahlen sich erfreulicherweise stetig verringern. Wie sieht das bei den Toten durch Arzneimittelwirkung aus? Man geht davon aus, dass in Deutschland jährlich zwischen 25.000 und 58.000 Menschen allein in Deutschland an den in Krankenhäusern verabreichten Medikamenten versterben. Also offensichtlich viel, viel mehr als im Straßenverkehr. Diese Zahl ist von den Wissenschaftlern der Uni Witten-Herdecke Ende 2013 ermittelt worden. Zählen wir die Todesfälle hinzu, die aufgrund von Medikamenteneinnahmen außerhalb von Krankenhäusern eingenommen werden, so ist die Zahl noch größer. Sicher übersteigt sie ganz sicher die Zahl 58.000. Bei den Verkehrstoten waren es 3.350. Ist Ihnen das bewusst, lieber Leser, Hörer meines Infodienstes? Oder stelle ich die Frage anders, ist Ihnen das bewusst gemacht worden? Wollen wir uns nicht mit den Gründen dieses Defizits befassen, sondern für uns einen Weg finden, Risiken besser abzuschätzen und möglichst zu reduzieren. Wir beschränken uns dabei auf Diagnostik und Therapie. Da gibt es ein paar Grundregeln, an die Sie sich halten können. Die kann ich Ihnen empfehlen. Und ich gehe bei meiner Erklärung nach der Tabelle vor, die auch im Video gezeigt wird. Sie sehen also hier Maßnahmen, Risiken und Vorschläge zur Risikovermeidung. Die erste Maßnahme, das heißt, das medizinische Vorgehen erfolgt im Krankenhaus, also stationär. Dort droht als Risiko eine Infektion. Infektionskrankheiten stehen auf der Todesursachenliste in Deutschland an dritter Stelle. Sehr bedeutend. Ich empfehle, das Risiko zu meiden, indem man sich möglichst auf ambulantes Handeln konzentriert. Einsatz von ionisierenden Strahlungen. Das heißt, Röntgenstrahlen zum Beispiel. Dort haben wir das Risiko zu Gewebeschäden. Ich empfehle Maßnahmen ohne ionisierende Strahlung oder Maßnahmen, die nur reduzierte Strahlenexpositionen auslösen. Kommen wir zu Medikamenteneinnahmen. Dort droht, wir wissen das schon, das Eintreten von Organschäden, aber auch eine zurückgehende, also zu geringe Wirkung. Das Risiko können wir abwenden, indem wir medikamentenfreie Methoden zunächst einsetzen. Wir kennen einige schon und haben einige kennengelernt in unserem Infodienst. Der Einsatz von Kontrastmitteln ist auch mit dem Risiko verbunden, Strahlenschäden zu erleiden. Alternativ dazu gibt es bildgebende Verfahren, die auf Kontrastmittel verzichten, wie zum Beispiel Ultraschall. Also immer sehen, ob die Fragestellung auch mit Ultraschall beantwortet werden kann. Bei Operationen benutzte Narkosen und notwendige Beatmungen haben auch das Risiko zu Organschäden. Man sollte ausweichen auf nicht-invasive Verfahren oder zum Beispiel minimaloperative Eingriffe. Bei der Anästhesie ist die Lumbalanästhesie vorzuziehen. Wenn es um eine Zahl von Untersuchungen geht, also Untersuchungsserien mit Wiederholungen, dann addiert sich oder multipliziert sich eventuell sogar das Risiko für Organschäden. Wählen wir also möglichst wiederholbare Verfahren, die nicht mit einer Erhöhung des Risikos verbunden sind, wie zum Beispiel Magnetresonanz-Tomografie oder Ultraschall. In der Strahlentherapie haben wir es mit Behandlungsserien, also mit Fraktionen zu tun. Wir kennen das schon und unsere kritische Einschätzung dessen, dass es sehr häufig und mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Organschäden kommen kann, ist dort schon sensibilisiert. Es wird also empfohlen, dort Einzeitbestrahlungen zum Beispiel mit Strahlenschirurgie Cyberknife vorzunehmen. Dort haben wir nicht die Behandlungsserien notwendig, dort wird nur einmal bestrahlt. Dann gibt es Medikamenteneinnahmen, zum Beispiel gegen bakterielle Infektionen. Es wird sehr häufig zu Antibiotika gegriffen. Dort drohen Resistenzen und die damit verbundenen Gefahren. Es werden empfohlen, nichtmedikamentöse Behandlungen, die es ja schon gibt, die man nur kennen muss. Und schließlich möchte ich hier aufführen, dass leider auch, das hängt mit dem Profitstreben zusammen, Differenzialdiagnostik durchgeführt wird, ohne dass dabei ein therapeutischer Nutzen sich für den Patienten verspricht. Die damit verbundenen Risiken können wir vermeiden, indem wir einfach solche Untersuchungen ablehnen. Das können wir als Patient vor der Untersuchung durchaus tun. Das ist nur ein Teil des empfohlenen Vorgehens und Verhaltens, das Ihnen die Risiken durch Diagnostik und Therapie wesentlich reduziert. Aufgrund der vorangeschrittenen Zeit werden wir weitere Probleme im Zusammenhang mit den Risiken später in weiteren Infodienstbeiträgen abhandeln. Ich empfehle Ihnen folgendes. Gehen Sie nach den Angaben in der Tabelle vor. Vermeiden Sie Entzündungen, Strahlenschäden oder überhaupt Risiken zu Organschäden. Dort, wo es nicht anders geht, wo zum Beispiel keine Alternative zur ionisierenden Strahlung existiert, wählen Sie die Methode aus, die im Verhältnis zum Nutzen der Maßnahme das geringste Risiko hat. Was meine ich damit? Geht es um eine Untersuchung des Herzens, so kann röntgenologisch also in einem Herz-Katheter-Messplatz untersucht werden. Da treten in erheblichem Maße Strahlendosis und Risiken durch Kontrastmittel auf. Entsprechend häufig wird auch von Zwischenfällen berichtet. Eventuell lässt sich die anstehende diagnostische Frage zum Herzen auch mit Nuklearmedizin erledigen. Das ist dann nicht invasiv und die Strahlendosis ist wesentlich geringer. Zuzüglich kann in der Nuklearmedizin auch ohne Probleme zur Beurteilung des Therapieerfolgs eine Wiederholung erfolgen. Das ist also auch bei vermindertem Risiko möglich. Sollte es dann nicht zu umgehen sein, den Herz-Katheter einzusetzen, dann lassen Sie es nur in einer Einrichtung durchführen, wo auch eine Herzchirurgie ist. Das sichert Sie ab für den Fall, dass es zu einem Zwischenfall kommt. Heute konnte ich einen ersten Einblick geben, wie Sie mit Risiken der medizinischen Maßnahmen umgehen sollten. Ich hoffe, dass er sich zeigen konnte, dass Sie als Patient Einfluss haben und Risiken weitestgehend reduzieren können. Nicht immer sind die Gräben zwischen den medizinischen Fachdisziplinen geeignet, den Überblick zu bewahren. Somit ist es schwer, die beste Methode herauszusuchen. Auch die Profitorientierung der Leistungserbringer hindert Sie häufig, nämlich die Leistungserbringer, uns Wege zu weniger riskanten Methoden aufzuzeigen. Auf der Basis eigenen Wissens geht das jedoch. Und das wollen wir mehren mit unserem Infodienst Leben ohne Krankheit. Soweit erst einmal in einem ersten Teil zur Risikoabschätzung und zur Risikovermeidung bei Diagnostik und Therapie. Morgen erfahren Sie Interessantes zur Bekämpfung von Schmerzen nach Sportverletzungen. Natürlich ohne Risiken, Gefahren oder Folgererkrankungen.